Musik 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 Ja Baby, Shangri-La, der Tiger Mein neuer bester Freund Der sich sogar unsichtbar machen kann Ich beneide den Tiger Ach, der Typ ist tot Das sieht ja krass aus Ich dachte eben gerade, der hält hier sein Gebet, aber nein Okay, das Ganze hier wird langsam zum Horrortrip Tiger Übernimm du Alles klar, der Tiger ist der absolute Boss hier Wer weiß, wie man die fertig macht Warte, Tiger, Tiger, Tiger Hau die mal weg, Tiger Hau sie weg Und direkt hier die nächsten weghauen Komm schon, Tiger, ich glaub an dich Yes, guter Junge, guter Junge Äh, Tiger, wir bekommen Probleme Du machst das, mein Junge, du machst das Ich übernehme den hier Alles klar, Takedown Und, au Den Finger wieder gerade gebogen Guter Junge Und hol dir direkt hier drüben den nächsten Na komm schon, hol ihn dir Alles klar, hier mit dem Ketten-Takedown geht es eigentlich ziemlich schnell Wo genau müssen wir denn hin Wir müssen Hier drüben hin Und hier hin Wir haben zwei Orte Tiger Mein alter Haudegen Easy Die alten Tierschänder hier Meine Fresse, was hat dir denn der Hirsch getan? Oder die Ziege Was hat dir der Stein getan? Lass die Steine in Ruhe AJ, der Umweltschützer Wo ist der nächste? Hey, Tiga Was hat dir gedacht? Okay, einer schwingt wieder Wir stellen die Schwingung wieder her Ich und mein Tiger Mann, den Tiger werde ich jetzt schon vermissen Okay, du nimmst den hier drüben Und ich mach die hier vorne Obwohl der eine sieht mich Alles klar, der macht das Und wir schleichen uns hier von hinten ran Tiger Power, zack Und zack Und direkt hier wieder die Hand gerade gebogen Niemand, wirklich niemand tut meinem Tiger weh Okay, ich werde hier gerade abgemetzelt Boah, 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 boah Ich brauche unbedingt Drogen Jedes Mal tue ich mir hier beim Morden Den Zeigefinger verknacksen Was haben wir hier vorne Was bist du hier Ja, schon irgendwie eine schöne Geschichte Ich hier nackt mit einem riesigen Zahn in der Hand Und einem Tiger an meiner Seite Töte Andere nackte blaue Männer Mit Masken und Eine Abneigung gegen Tiere Okay, jetzt wird's richtig abgedreht Ein Unhold Der Unhold Der Tiger greift von vorne an Und wir besteigen ihn von hinten Okay, okay, okay Tiger, bist du bereit? Na, legen wir mal los Wow, 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 wow Wir müssen die Kleinen erstmal wegholen Komm schon Hier hin Und heilen Weil die Dinger machen ziemlich viel Damage Alles klar, meinem Tiger geht's noch relativ gut So, er hat ihn, er hat ihn sehr gut, Tiger Und jetzt Gemeinsam Oh, wow, 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 wow Ich brenne Der Unhold ist besiegt Das Gleichgewicht Wiederhergestellt Oder auch nicht Hat mich geirrt Perfekte Ablenkung Wir sind ein gutes Team, Tiger Ein verdammt gutes Team Oh, der Finger, der sieht ja mies aus Also den kann ich danach nicht mehr verwenden Wenn ich als Kind war, mein Vater So, ich will dir mich Ich war sehr einbezimal Sie haben mich langabäck. Sie haben mich langabäck. Was ist passiert? Zurück in der Welt, Liebenden. Wie kam ich hierher? Du kamst mit einem Tankerreit spaziert. Genau, dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja, du warst mit raus, hast komisches Zeug gewobbelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. War das Ding schon hier, als ihr herkommt? Oh, das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familien-Erbstück. Schon seit vielen Generationen. Hat ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen. Hast du welche gefunden? Ich hätte zu viel zu tun. Gut, ist okay. Keine Sorge, du... nächstes Mal. Aber wenn du an den Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut. Wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krampel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Tschüssi. Wow, das war eine ziemlich coole Mission. Gut, schauen wir mal rein. Also die beiden sind wieder weg. Ich hab hier einen neuen Punkt, den ich vielleicht hier drüben in die Weste... Ne, drei Punkte, schade. Keine Weste, aber... Schwere Munition. Schwere Munition ist doch auch was Gutes. Gut, ich denke mal, hier passen locker vier weitere rein. Und wir können immer wieder nach Shangri-La zurückkehren. Und meinen Tiger besuchen. Und wer bist du? Du bist ein Händler. Das ist ja cool. Ein Wasserhahn. Aber ich kann hier mein Haus ausbauen, oder wie? Ey, wir können das Ganze renovieren. Und was genau hab ich davon, wenn ich den Laden hier renoviere? Moment. Also, ich hab jetzt hier... What? Was ist das hier? Ich kann... Wäsche waschen? Oder wie jetzt? Crazy shit. Ich hab nämlich irgendwie so ein Nudelholz in der Hand. Aus irgendeinem Grund. Gut, das ist... Toll. Ich mein... Ja, natürlich. Kann ich mir keine Putze holen? Ich mein, Sklaven sind hier in der Gegend doch ziemlich weit vertreten. Okay, was könnte ich denn hier noch machen? Ähm, so ein Schrank. Ziemlich geil, Kumpel. Und ich könnte... ...das hier machen. Okay, das ist gut. Das ist wirklich... Ja, doch. Das ist wirklich gut. Ich mein, es sieht weniger hässlich aus. Hast du sehr gut gelöst. Ich bin absolut stolz auf dich. Okay, hier drüben sind noch tolle Yugi-Retchy-Missionen. Und eine coole Truhe. Was hab ich da in der Hand? Was ist das? Eine Bürste? Jetzt mal ganz ehrlich, was... Ich hab keine Ahnung. Was hab ich hier in der Hand? Ist das ein Nudelholz? Ach, die haben hier ihr Zelt aufgeschlagen. Okay, jetzt nicht. Aber die Truhe da drüben nehm ich noch mit. Ich wollte eigentlich, ähm... ...ein Handy mitnehmen. Nein, ich wollte... ...die nächste Story-Mission machen. Und zwar... Moment, die finden wir... ...hier drüben. Gut, hier gehen wir hin. Und ich muss unbedingt hier noch den Außenposten einnehmen. Dann reißen wir mal hier hin. Genau hier.